So, ich bin mal wieder zurück mit neuen Infos. Ich weiß, ich bin ja eh die ganze Zeit live, aber es gibt ja auch genug, die einfach nur gerade videotechnisch irgendwas sehen wollen, was jetzt halt so Stand der Dinge ist. Zwei Dinge, ihr seht es quasi schon übereinander. Es gibt keinen Baumodus, also es wird der in den ersten neun Tagen, ich kann es gar nicht aussprechen, so bescheuert ist das. Die ersten neun Tage anscheinend oder sieben Tage soll man nicht bauen können. Du kannst einfach gar nichts bauen. Und dann das zweite, ihr seht schon den Panzer. Wir gehen auch mal gerade von Anfang an rein. Einfach, der Panzer hat schon mal Sicherheit zu dreieinhalb tausend Leben. Und ihr seht schon rechts, er hat zwar Gold, aber keine Mets. Und keine Mets bedeutet nichts bauen. Also es wird ein lustiger Season anfangen. Wir sind im Live-Suite auch schon drüber am reden, also das wird zu wild. Das wird viele Fortnite-Spieler wieder zurückholen, aber wir gucken einfach mal, wann die Zuber wieder online sind. Ich selbst kam eben nur ganz kurz rein, aber auch nicht weit. Wie gesagt, wir müssen dann einfach mal zusammengucken, wie es jetzt so an sich weitergeht. Weil wenn wir hier mal weiter gucken, die Server sind gerade alle in Bearbeitung. Es funktioniert nur noch die Webseite. Also ich sage erst, es geht drüber und drunter. Drunter und drüber, aber auf Fortnite, klar. Twitter ist voll. Also das ist so Stand der Dinge, Server nicht online. Es funktioniert gerade gar nichts. Dann, wir können nicht bauen, Panzer, die halten einiges aus, aber da soll es ja auch diese Panzerabwehrraketen geben. Mal gucken, wie viel die ihr dann aushalten. Und es gibt halt kein Bauen. Da werden viele, viele, viele richtige Probleme kriegen. Also in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Warten, auch wenn es kein Spaß ist. Und haut herein. Kritik. Ja.